Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir wollen in den Wilden Westen. Oder wir sind im Wilden Westen. Sie hätten auf dem Trail bleiben sollen. Das ist Siogs Land. Männer einfach abschlachten. Das ist übel. Ich habe eine Menge Menschen sterben sehen bei Antidem und Gettysburg. Nicht schön, aber du gewöhnst dich daran, mein Junge. Wir müssen die Schuldigen finden. Okay. Racheaktion, wie es scheint. Wir gehen auf Jagd nach Indianern. Red Clouds Creek Hilfe! Hilfe! Warum sind die Siogs so zornig? Ich weiß nicht, warum sie uns seit Tagen verfolgen. Nach uns kommen noch viele Männer. Bitte, rettet sie! Ja, in diesem Saloon können wir bestimmt einige Männer anheuern. Natürlich. Mhm, möglich. Und hier sehe ich auch einen Handelsposten. Das könnte... für Ressourcen, Sir. Hilfe! Die Siogs greifen an! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Okay. Okay... Mameluk... Pistolero. Mach mal mal zwei Pistolero. Woher kriege ich denn Ressourcen eigentlich? Was brauchst du? Klar. Okay. Irgendwie habe ich... Ding... Irgendwie denke ich... Wenn ich nichts mache, dann schaffe ich es auch! Aber wir versuchen... Die zu retten. Bäh! Headshot! Ach so. Der sammelt es hier. Irgendwie Gold. Wir haben einige Arbeiter gerettet. Wir sollten noch mehr retten können. Was ist deine Kommande? Wir müssen diese Arbeiter in die Minen schicken, damit wir mehr Münzen erhalten. Doch, die können Gold sammeln. Die sollen erstmal das Zeug hier sammeln. So, mache ich noch ein paar Pistole aus? Ja. Was ist da los? Hilfe! Mhm. Es sind schon zwei jetzt. Ich brauche Berittene am besten. Ich werde deine Bahnarbeiter von hier vertreiben. Crazy Horse! Das ist doch ein berühmter, oder? Ein berühmter Indianer. Mal schauen, ob das dir gelingt. Okay. Wir müssen den retten. Ich werde es tun. Mist, einer hat nicht überlebt. Ich sollte hier draußen bleiben. Und ihr solltet Gold farmen. Ich bin bereit. Okay. Sehr schön. Die brauche ich eigentlich. Uh, ich habe voll Nahrung. Da kommen die nächsten. Das ist eine cool Mission. Ich rette die Leute und... Ah, das werden immer mehr Indianer, wie es scheinbar ist. Nein, tötet ihn! Yes! Aber gerade so. Gerade so. Da kommen die Nächsten. Wir werden diesen Ort mit unserem Leben verteidigen. Okay. Euer Leben ist verwirkt. Lasst die Bahnarbeiter in Ruhe. Okay. Hm. Das wird helfen. Mit einem Gewehr. Ich bin bereit. Okay. Sure thing. Okay. I'm going now. I'll do it. Sure thing. You got it. So. Verteidigt sie! Gut. Okay. I'm ready. Mehr Gold. Mehr Gold. Was ist das? Vegetons! Ja. Was ist das? Ja. Verwägne. Okay. Vorsicht! Ein Sios Stoßtrop nähert sich unserem Dorf. Okay. Gut. Wir haben noch Türme, oder? Sure thing. Erste Down. Ich werde ihn holen. Zweiter Down. Dritter Down. So, was war das mit dem Seox Stoßtrop? Was soll das gewesen sein? Was ist deine Kommande? So, ich brauche noch mehr. Aber welche? Hochländer. Schottland. Oh, da. Ja? Ich werde es machen. Genau. Hilfe! Sure thing. Sure thing. Wir könnten Mamelukes machen. So einfach, just for fun, weil ich's kann. Mal schauen, ob die was taugen. Sind zumindest die teuersten. Ich bin bereit. Oh, jetzt kommen sie aus beiden Seiten. Sure thing. Alright. Ich werde ihn. Ich gehe jetzt, richtig? Right. Sure thing. Schön. Okay. Hey, jetzt habe ich schon genug gerettet, oder? Sure thing. Dein Kampfgeist ist stark. Ja? Aber weißt du auch den Grund, wofür du kämpfst? Okay. Gold? Natürlich weiß ich das. Ich will Gold haben. Sure thing. You got it. Unmenge. Gold. Alright. Die können den nicht aufhalten. Und jetzt habe ich Mamelukreiter. Wir haben viele Dorfbewohner gerettet. Lasst uns Handelsposten errichten und die Eisenbahnlinie bauen, um die Region zu sichern. Oh. Hallo. Ich habe doch gesagt, was geht ums Geld. Reicher. Okay. Jetzt. Wie kriege ich? Ihr könnt doch kein Holz machen, oder? Ich bin bereit. Nein, könnt ihr nicht. Ja, Verstärkung hat sich gut an. Verstärkung hat sich gut an. Oh, das ist wirklich Verstärkung. Ups. Ups. Was brauchst du? Das ist eine Armee. Aber ich brauche Siedler. Arbeiter. Was ist deine Kommande? Oder? Moment. Ich bin bereit. Ich werde es machen. Kostet es kein Gold? Äh, Holz. Doch. Kostet Holz. Vielleicht muss ich dann diese Lager, diese Schätze beharigen. Ich bin bereit. Du wandelst auf einem unwegsamen Pfad, Jummerkrieger. Gib acht, dass du nicht ausrutscht und stürzt. Labe nicht. Hunde. Das sind Siedler. Tatsache. Die brauche ich. Mir fällt gerade. Halt. Ne. Ach, Quatsch. Freilich. Ja, okay. Ich kann handeln. Natürlich. Ich bin bereit. Ich habe es geschafft. Ich werde es machen. was du brauchst. Ja? Genau. Schießt ihr nieder! Ich kann ja handeln. Was du brauchst? Was ist deine Kommande? Ja, ich werde es machen. Ich bin bereit. Ich gehe jetzt. Ja? Ja, ich bin bereit. So, es reicht, wenn ich so es mache. So, 101. Für Münzen kaufen. Ja, ja. Ich brauche. Was du brauchst? Natürlich. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Okay. Okay. Ach komm. Kommt erst mal hierher. Ja, ja, ja. Fein. Okay. Oh, da kommen die nächsten gleich. Ja. Was? Heftig. Heftig. Dich brauche ich aber jetzt. Du musst hier einen Handelsposten. Zumindest einen. Das Upgrade kostet dann auch wieder ein bisschen was. Uh, die Kuh. Da ist abgezweint. Ja, die Kanonen sorgen hier schon, dass wir gewinnen. Also, die Seite ist ziemlich sicher. Da können die wenig machen. Ich kann ja auch noch Truppen anfordern. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Ein paar Reiter noch. Und Musketiere. Fernkämpfer. So. Warte. Was ist mein Ziel? Entwickeln Sie die Handelsroute weiter. Tja. Erstmal brauche ich Holz. Ja, ich gehe runter. Okay. Schauen wir doch ein paar von denen. Ich bin bereit. Ich gehe runter. Rückzug. Die haben uns von der Flanke angegriffen. Ich mache es. Ich bin bereit. Genau. Ja. Oh, da kommt der Nächste. Ja, schon. Ich bin ein Tick-Schef. Vielleicht sollten die dort hinten farmen. Bleib zurück. Ich gehe jetzt. Ah, richtig. Lustige kleine Kanonen. Aber genauso effektiv. Gut. Gut. Ähm. Gut. Mein einziges Ziel ist jetzt, die Handelsroute fertig zu machen. Und das fix, weil die greifen ganz gut an. Ja? Okay. Ich glaube, ich nehme dazu die Reiter und... Was du brauchst? Okay. Natürlich. Okay? Natürlich. Ich muss ja bloß diese zwei Handelsposten bauen. Okay. Was ist deine Handelsroute? Wow. Schock! Geh mir, Schäfer. Ja? Tötet sie! Machen wir mehr Pistoleros. Davon kann ich viele machen. Die taugen auch was. Theoretisch. Ich bin bereit. Natürlich. Natürlich. Ja, da kommen sie schon. Ich bin es befürchtet. Wobei... Ich kann weiter nach oben gehen. Okay. Was ist das für eine Truppe? Und... Yes! Juhu! Was machen wir jetzt mit den Indianern? Die müssen wir wahrscheinlich im nächsten Zug... Ja, vertreiben. Hier, weg da. Das ist unsere Eisenbahnlinie. Amelia. Amelia Black. Gute Arbeit, mein Sohn. Mutter, wann bist du angekommen? Heute Morgen. Die Reise war anstrengend von Boulder City, aber die Eröffnung des Bahnhofs wollte ich nicht verpassen. Ich hätte es nicht geschafft ohne meinen Freund, Billy Holm. Ich habe ihn getroffen. Ich glaube, er wollte mir Avancen machen. Die Seahawks, gegen die wir kämpften, sie waren so zornig. Die Seahawks sind anders als erwartet. Du sagtest, mein Vater war ein Gentleman. Das war er. Die Seahawks sind genau wie andere Menschen auch, Jaden. Einige sind gut, andere nicht. Dieser Frieden zwischen den Siedlern und den Seahawks. Er wird nicht halten. Das tut er nie. Aber es ist Frieden. Eine Zeit lang. Hm. Also doch. Ich habe doch schon gesagt. Wir werden uns wahrscheinlich für den Krieg vorbereiten müssen. Und Krieg. Da brauche ich. Berglöwen. Jawohl. Zeit halt eins. Ja klar. Warum nicht? Cool. Berglöwen und Bären habe ich jetzt. Mit tiermächtigen Verbündeten. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Mission. Ciao.